Das krieg ich noch hin. Ist ja nicht so schön. Sag mal, wo kommt Schreiber denn her? Aus dem Bezirk Mitte, bitte sehr. Hast einen Zaun gegen uns angebracht. Da hat Marco Schreiber wohl einen großen Fehler gemacht. Unser Widerstand war wohl zu groß. Nun sind wir diesen Ausgrenzzaun wieder los. So wie wir das sehen, wird es im Bezirk Mitte erstmal so weiter gehen. Auf Bahnhof, Hachmannplatz oder zu mir, Baubagenplatz. Da wird von Schreiber auch viel Rabatz gemacht. Der Zaun muss weg! Wird wohl wieder ein großer Fehler gemacht. Dagegen gibt es von uns auch wieder viel Krach. Sag mal, wo kommt Marco Schreiber nochmal her? Wir wissen nun aus dem Bezirksamt Mitte, bitte sehr. Hast nicht nur den Ausgrenzzaun aufgebaut. War wohl politisch von dir zu viel zugetraut. Denn der Widerstand wird sehr groß. Bis wir sind dicht los.